so hallo und herzliches willkommen zu diesem video heute geht es mal wieder on tour und zwar der dritte teil weg los und zwar der dritte teil ... Da müsste eine Strafbind City irgendwo drin liegen. Was ist denn? Ja. Das ist grün. Ich hab da jetzt einen Chip zu holen. Ich hab ja noch ein bisschen Gas. Ja. 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 Eigentlich wetter ich hier mit dem Punto 50 durch. Ja, mit dem bin ich. Nee. Man weiß ja nicht, was passiert. Hast ja vorhin gemerkt. Ja. Ja. Ich dachte, ich bin ein Diesel. Einen alten Diesel fahr ich. Erstmal. War ich ungewohnt von unserem Flugzeug schieben. Wenn wir denn länger stehen lassen und einsteigen. Weil ja die dann einfach direkt unter uns sitzt. Soll ich nix mal den MRN starten? Wenn wir da sind? Ja. 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 Na mein. Achso, ich dachte, der da vorne steht. Der Alte. Nee, oder der Alte von meinem Onkel. Also willst du jetzt zum Markt auf zuerst? Ja. 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 Der Stamm kann ich hier drinnen lassen, ne? Ähh, Haupt-Haupt-Zurut steht in den Skettos im Bar. In den Skettos. Wo? Also klauen sie wenigstens dann nicht den Fuß. Klauen auch nicht mal den Fuß. Ähh, Familienkriege sag ich nur meistens mal. Ja. 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 Das ist schon was anderes. Der geht schon ein bisschen besser. Ja. Der geht besser, aber hast... Schöne Probleme. Ja. Ja. Musik ... ... ... ... ... ... Ich will das. Und jetzt noch mal so. Döner. Döner. Döner macht Schöpfer. Deshalb endet sich jeden Tag Döner. Jeden Tag drei Döner. Morgen, guten Tag, abends. Und zwischendurch einen großen Dönerrein in Detmold. Und zwischendurch den kleinen Döner in Detmold. Mein Kollege würde hier mit dem Sprint H60 mit 60 durchknallen. Wenn frei ist. Mit dem Hängerzug bin ich hier schon schnell lang geballert. Was? Mit dem Hängerzug bin ich hier schon schnell lang geballert. Wie schnell? Im Dunkeln. Wie schnell das? Hierdurch? Ja. Da war ja bestimmt auch alles frei. Ja, wirklich ja. Ja. Wenn frei ist, dann geht's. Ja, wenn Autos sind. Autos sind, wenn ich die schon mal mit... Dann bin ich wirklich mit oben gekommen. Warum? Na, der Hänger schweckt doch mal aus. Ja. Ja. Meine Güte fährt er soweit auf der Fahrt so. Und auch so schnell fährt der. Ja. Ja. Da scheint ein Bus. Wo? Ja. 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 Das war's für heute. Das war's. Das war's.